Ich möchte also damit vermeiden, es ist kein Rückzug aus der Politik, sondern wir ordnen die Führungsverhältnisse neu und stellen damit auch den Beweis, dass wir in der Lage sind, auch eine neue Führung in der Freiheitlichen Partei zu etablieren, dass entsprechend Vorsorge getroffen wurde und ein gutes Team in den nächsten Jahren in dieser Bundesregierung tätig sein wird. Auch ich unterstreiche noch einmal nachhaltig, werde auch nach meinem Ausscheiden als Bundesparteiobmann mit voller Überzeugung zu diesem Regierungsbündnis stehen. Ich werde alles tun, um die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit der ÖVP und FPÖ in der Bundesregierung zu fördern und zu unterstützen, weil ich überzeugt bin, dass diese Wende in Österreich unabdinkbar war und dass sie nach mehr als 30 Jahren einfach eine zielführende demokratische Erneuerung dieses Landes möglich macht. Und dabei bin ich auch bereit, jeden nur erdenklichen Beitrag zu leisten, damit diese Regierungskoalition, insbesondere die Tätigkeit meiner Freunde von der Freiheitlichen Partei in den Ministerämtern bestmöglich funktionieren kann. Nicht, dass ich nicht aus der österreichischen Politik davonlaufe, sondern wir eine andere... ... 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